Ja, hoi und willkommen! Mein Name ist Andi Roy P. Und meiner Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Ja, Part 3. Im Loslosland. Dann müssen wir jetzt hin. Möden Sie bitte. Dann gehen wir mal dahin. Ja, ich bin so kaputt. Hätte ich doch noch fünf Grinsenblumen. 5? So zu bekommen. Ihr Hau rein, Alter. Ja, hau rein, Alter. Nein, das ist ein Roboter. Das ist schon viel besser. Ja, by the way, jetzt wird es auch für mich blind. Ja, gucken wir mal, was da ist. Loslosland. Herzlich willkommen. Sprechen machen wir mal mit ihm. Vielleicht gibt er uns ja schon gleich das Ding und der Summinär. Und die Ausschuld für die Straße weiter. In den Fall wäre der sich hat irgendwann zu eurem Ziel gelangen. Und ganz gefächs. Das hat Summinär. Und was? Ich glaube, der Rolle. Schnappon hat. Ach, sieh mal an, wer da ist. Unser Wufi. Deswegen erstuppe. Das ist unser Hund. Ja, ich hasse ihn. Ja. Warum? Ja, jetzt ist es für mich auch blind. Ja, da guck mal mal. Also, wir werden auf jeden Fall nicht alles finden. Komm, wir geben, wir geben unser Bestes. Ja, ich habe immer gezwungen, wenn ich die Bucke gemacht habe. Dann hast du gemacht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Bucke einfach aufgemacht. Und der Standrichter vorher hat sie das Gesicht bekommen. Sieh, diesen Schalke, eine Blume. Ja, wie süß, heute gehen. Ich meine, beide, aber das Wichtige ist, was das ist der Gleiche. Nein, ich kann es nicht töten. Nein. Versuch mal nach links. Nein, man kann es nicht töten. Nein, das ist was man nicht töten kann. Das ist der Albtraum von mir. Ja. Über die erste. Ich habe es nicht vergleichbar gehabt. 177 Blumen. Gibt es immer mehr. Was? Ich habe ihn mit dem Buckel getötet. wenn eine tucke ist dann bleiben wir stehen da und dann muss ich noch alles klar ich wollte schaffte das schaffe ja man ist ja gar nicht eindruckend aber man muss ja das sprung der mitte hochkommst die töten recht wie können sie sagen 20 ich ja jetzt jetzt 20 wir werden euch nicht verstecken wir werden alle töten ja verstehen konnte ich mit dem beitreffen nein ich will das aber nicht mit dem rolle nichts passieren wir müssen die kirchen abwerfen ach so aufpassen hat die blauen ein passiert ja ja man weiß nicht bewegt sich nicht ich komme doch ja ich bin voll was wir eingehen dieser nächte ja ich bin voll doch so hier muss man so doch verknüpft sie aus der ferne getroffen liebes ein schafsmörder zu sein das ist er denn was auch so einer was ich war dabei ist die zweite blieb ja ich kann sowieso nicht weiter voll kompliziert hier aber echt ja ich komme nicht weiter okay es ist hochkommen im hintergrund jetzt nicht mehr ein blaues eil macht ja auch gott also er sagt zuckersüß ich war immer richtung die jasch ist gerade schauen ein hilfer was wir bleiben soll ich komme hier hoch schutz an ein versuch von der klinik weiter durchgegraben er ist auch nicht hochgeschmolten wie kann er so haben hatte die rei um und ich fühle mich jetzt hier durch alles ich reine auch wegen du weißt ja dann musste mitnehmen ja ich glaube ich habe gerade eine kleine referenz gesehen gefunden mario kartner richtig du springst man ihm aber ich spreche von nicht ab super mario wort ja 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 warte konnte es nicht gerne passieren ja darum muss noch münzen haben wir 15 haben wir uns will aber auch noch eine blume also wenn du mal mit dem und will ich gehe hier lang alles klar ich kann gar nicht hier ist eine wand durchgebracht er hat sich durchgebrüht da muss man ja denken ich habe ihn getötet ich meine hier wieder einschalten beim bleib stehen und das mindergrund naja aber auch nichts panzer modus aktiv hingesehen herunter von mir so haben wir es kann der hund uns auch folgen so jetzt auch wieder ein paar behalten uns fehlen uns viele minzen wo sind die schon wieder aber da kann man hier noch ab herunter ja also noch die 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 und dann wären wir noch nicht auf da war gerade so herr und jetzt kann man jederzeit zurückgehen ja ich mach es ein bisschen einfacher ich merke da denken ist ein riesiger karton ja so wie ein riesiger karton gibt es nicht aber wenn ihr verpasst damit dann nicht er macht mich gerade wahnsinnig ich brauche ein trick anstecken nicht der sonne eine über zwirbel das schafft ja aber am link ist er und war nur der rund ja so mag wie warum wissen die los das gäbe da jetzt nicht macht mich wahnsinnig ich kann sagen dass der mit ist verdammt lang ich bin sie nur bringen gehört ist der hund der hunde ist sogar nicht mehr gekommen der kam doch erst später dann wäre sie nicht losgegangen ich bin noch mal range gibt es noch nicht ich glaube die partner war gemeint ist ein kürzer ich will es ja noch neu also das war viel rausholen genau da gibt es mit 54 hier ist kein trick ansteckung ja vielleicht später ja nicht wissen wir nicht sondern auch was da wäre nicht wie api noch verlieren unnötig dann müssen wir zum ende also wir sehen jetzt mal im moment da trägt man jetzt gerade auf oh man das sind schnecken da wird schnecken waren ja genauso habe ich mir die frau gesteckt irgendwie manchmal ist man mal ein gelbes ei habe ich nicht mehr ich habe da schon drauf geworfen dann weiß ich auch nicht nein einfach nur so rauf und unter einfach nur so ein sound effect von sohn und hier sind so kartons da haben wir den schon durchgeschickt wir können jetzt schauen wir auch nicht abwerfen es ist einfach da und ich kann es ja da hund fressen dann sich dadurch ich glaube sie leiden aber hier habe ich einfach was der hund immer da und der verdammte hund irgendwie so eine blöde wolke irgendwie die waren nicht eher nahm ja glaube ich allerdings auch irgendwie so etwas dämlich ist da habe ich aber hat nichts gemacht nichts gemacht dann ist noch ein weg tatsächlich das grünen und ich immer recht ist ja dies war gar nicht von ihr ich glaube ich glaube ich glaube ich ja wenn wir jetzt auf der brücke ja 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 wir haben alle blumen aber immer noch nicht alle dinge alle dinge dinge da wird es ja schon glaube ich schon 10 minuten aber raus werden wir als die youtube bekannt irgendwie zwei stunden in dieser level rum ja das ist bestimmt wie du sagst es bestimmt bin ich so eine tome wolke aber hey wir haben tausend nützen kannst ja bei dir suchen ja so wie ich ja die stufe wir haben voll angst und nein was willst du tun also sie oder zurück zu welke suchen wir sagen was geht zurück zu dieser war okay haben wir die schnuffelchen damit es dir folgt genau andersrum ist ja obwohl der level zu ende ist könnte es nicht vielleicht vielleicht jetzt gerade sein da jetzt alles andersrum ist dass wir vielleicht jetzt die letzten münzen bekommen könnten münzen sind da weg irgendwie bei den dingen erscheint versuchen wir einfach schnell die hunde ach ja bing bosch na gibt schon dann dürfte ich schnüffelchen dazu damit sie dir folgen wir sind einfach nur angeklebt die wolken da irgendwie machen wir erst mal zwei minuten ja jetzt zwei minuten wir müssen so wie noch die haben wir erreichen also hast du hingesehen das war cool ja so schnell propeller hat ja gekommen er kam zu mir zurück wie ein hund ja jetzt haben wir sagen wir sind sie sterne er liebt dich ja weil die firma lieben wir kommen noch unter fünf minuten hat man lieber auf maximale herzen ja da ist schon das ziel so trage ich dich ein blume wir haben tausend dinge haben er klar 1000 jahre habe ich doch vorhin gesagt vor mensch aber immer noch viele münzen schnügel schnügelchen finden den erfolgreich wenn du kannst du jetzt nach schnügelchen suchen in allen tatsächlich da machen wir später sehr viel aufzubringen arbeit gefühl dort geld ausgeben ja geld ausgeben ich will geld ausgeben darf ich geld ausgeben abend 19 aber der kasse ist leer lila laster ist lila weißes schaf blaue mülltonne gelber laster gras gras das pokémon kostflächen ja holzkiste schwarz fuß scharf wirbelschnecke loslos joshi aus mit blauem dach wenn ich ein bisschen unspektive kläre als andere joshis ne ja man kann ja nicht alles haben im leben na gut was haben wir denn hier los los joshi match machen wir es mal ja aber jetzt nicht mehr jetzt mal so 30 minuten habe ich gar nicht mehr gekriegt okay dann bis zum nächsten mal bis dann und ciao au commencer попade sicherlich gu 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 g sie Untertitelung des ZDF, 2020